Musik Martha, seit wann besuchst du die Sprachschule Rika? Und seit wann lernst du Deutsch? Ich gehe hier in die Sprachschule Rika seit acht Jahren. Ich lerne Deutsch seit vier Jahren. In meinem Leben, ich habe sehr viel mitgebracht. Especially, als ich jünger war. Und ich denke, dass es sehr wichtig ist, denn damit kann man viel über andere Kulturen lernen. Und man kann neue Freunde machen. Und natürlich, man kann man ihre Sprache verbessern. So, have a great time there. Danke. In my free time, I like to help my mom with baking cookies. Because Christmas is coming and our tradition is to bake cookies. So, this is my product. Unfortunately, I can't bring this to Spain. But believe me, they were excellent. See you soon.